Musik Du hast mittlere Reife, aber noch lange nicht ausgelernt? Du möchtest den Grundstein legen für eine kaufmännische Ausbildung oder vielleicht sogar ein Studium? Dann kommt zu uns an die Ludwig-Erhard-Schule. Wir haben drei unterschiedliche Berufskollegs, bei denen du in zwei Jahren zur Fachhochschulreife kommst. Musik Wenn eure Stärken im sprachlichen Bereich liegen, dann bietet das Berufskolleg Fremdsprachen euch die Möglichkeit, eure Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen. Auf Studienfahrten lernt ihr neue Kulturen kennen. Ihr lernt außerdem, Geschäftsbriefe auf Englisch, Französisch oder Spanisch zu schreiben, was euch in internationalen Betrieben einen enormen Vorteil verschafft. Musik Wenn du dich nicht nur für kaufmännische Sachverhalte interessierst, sondern auch dein Leben lang schon begeistert bist für den Computer, dann bist du genau richtig beim Berufskolleg für Wirtschaftsinformatik. Wir programmieren Apps, Spiele und Homepages. Dazu lernst du noch kennen, wie man Daten mit dem Computer verarbeitet. Beim kaufmännischen Berufskolleg lernt ihr viel über VWL und BWL. In unseren Junior- und Übungsfirmen lernt ihr, wie man ein Geschäft im echten Leben führt und werdet dabei professionell von unseren BWL-Lehrern betreut, die mit euch zusammen auch mit echtem Geld versuchen zu wirtschaften. Musik 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 Musik